Der Alkohol. Wacki, Mac-Akri. Soooo. Bisschen Fortnite hier. Gibt schon wieder neuen Skin im Shop. Ja. Good job. Nur DU kannst betrügen mit V-Bucks. Was für Hindern? Ach, Betrügereien. Ich bitte. Betrügen. Warte mal, du kannst betrügen mit V-Bucks. Falsch gelesen. Wollen wir gleich damit anfangen? So, wo hüpfe ich denn raus? Wieso Fenster? Wailing-Woods. Nö. Wili-Woods. So, mal gucken, wo geht's denn? Wo springen wir dann? Wann? Hm, gleich. Hach, du-du-du-du-d. Woah. U-du-d. Wie bühlt? Hach. Kein eins. Hach. Okay, weil du schaffst nicht. Selber. So. Alles. Hauptsache wir am Schild. Schilf. Ah, den auch. Diese Batsch. Oh. So, ich geh noch ein bisschen weiter rein. Bevor wir rausgehen. Nein, raus. In einem einzelnen Match. Okay. Ein bisschen mitnehmen. Oh. Nehmen wir auch mit. Gut. So, was gibt's hier noch? Reicht. So. So. Soll ich mal gucken? Wir müssen um die Richtung. So. So. Die Pilze. Überall Pizza. Oh, schön wärs. Tomatentown. Tomatentown. Tomatenklauen. Ja. Das ist so ruhig, ja. Das ist so ruhig, ja. Das ist so ruhig, ja. Das ist so ruhig. Das ist so ruhig, ja. Ups, Salat. Woll ich gar nicht. Oh. Dann gehen wir als nächstes. Das ist so ruhig. Das ist so ruhig. Ich versuche mal da hinzureißen. Hm. Der auch. Hm. So. Oh, die Aufgabe muss ich nämlich auch noch machen. Juhu! Schneemisch. Ja. Ich hoffe, da ist keiner mehr. Er ist schon gelootet, ja? Hm, da ist er. Ich will ihn gar nicht angreifen, ich will nur... Jetzt rennt er weiter. Okay. Dann fehlt uns jetzt nur noch eine. Ich versuche mal zu Loot Lake. Ich versuche es. Loot Lake? Genau, der, Riko. Oder ein Knutb... Äh, Knutbatch. Knutbatch. Fast aus der Zone raus. Fast da... Fast da, da bist du da eben. Fast da, da bist du da eben. Ich habe die Doppelpistole. Demoppelde Pole. Auch neu jetzt. er Dahin. Hey, du wiesst mir. Ja. Oh, Alter. Oh mein Gott. Alter. Ich dachte, jetzt ist es um mich geschehen. Nee, nee. Ach, Mohammed. Wurde nachgeschossen noch mal. Das sind's. John ist auch jemand gestorben. Da hinten, oder was der? Der Stommer. Ja. Da. Ja. Ja. So, nur noch den Punkt, dann haben wir es. So, nur noch den Punkt, dann haben wir es. Oh, da wird noch gekämpft da drüben. Guck mal, ob man den trifft, aber wahrscheinlich so. So, den haben wir schon mal. Da ist auch nur einer. Okay. 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 Jetzt waren das. Guck mal, was hier oben los ist. Okay. 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 Da läuft einer. Da läuft einer. Von allen Seiten. Von allen Bleiben. Sechs Leute. Palapala Paladinei. Ich hab nicht mal viel Munition, die muss auch passen. Und nicht mehr viel zum Bauen, also muss auch passen. Ich bin eigentlich erstmal sicher. Erstmal. Denn ich bin ja in meiner Zone. In der Kalzone. Ich weiß nicht, wo jetzt hier noch Leutchen sind, wo sie sich verstecken, aber die Zone geht gleich weiter. Ich weiß nicht, wo sie sich verstecken, wo sie sich verstecken, wo sie sich verstecken. Schnuddliwutz. 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 Ich hab dich gesehen. Aha. Ja. Geht da wieder ran. Na komm. Eliminiert. Na, komm schon. Ich hab nicht mal viel Munition. Okay, da unten geht auch noch jemand. Hm. Tja, das ist, äh, ihr Vorteil. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Hhhhhhhhhh Keine Ahnung, ob da oben unten noch jemand ist. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Juhu! Juhu! Du hast noch einen Schluck! Juhu! Juhu! Ich schluss! Juhu! 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 Okay, sieht halt den Vorteil jetzt. Okay, sieht halt den Vorteil. Das war's. 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 Was ist das? So, Schilddrank. Halt. Hallo. So, baue mir jemanden. Du baust hier jemanden? Mhm. Wie war's dat? Vielleicht ja nicht. Ist geheim. Ich gehe hier für den Schein. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Jawohl. Jawohl. Guck mal, ob hier schon jemand drin war. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zack Oh, ich müsste mal los, ne? Nach Hause? Okay, aber einen weiten Weg vor mir. Ja. Ein Wald im Weg. Ist ja echt keiner mehr, schade. Ja, schade. Gut. Wenigstens haben wir einen Killschnut abgeschlossen. Oh, was seh ich denn hier? Ja. 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 Mhm. Mhm. Genau, der. Der Rentner satt. War der Strom schon immer beim ersten Mal so schnell? Ich weiß. Nein! So, der andere muss ja auch von Ingo kommen. Von Ingo. Mhm. Okay. Ah, da. Hippie. Ah, da Hippie? der alter hippie Ey, warum muss ich immer so weit latschen? So unfair. Und schon kommt der Sturm, ey, das gibt's doch nicht. Boah, die sollen mich hier in Ruhe lassen, da drüben. Ich will nur raus aus dem Sturm hier. Komm schon. Lauf. Ich bin wieder drin. Lauf. 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 Wo ist das? Oh, ey, schon wieder so weit laufen. Gibt's doch nicht. Oben geht's noch zur Sache. Ich hab mal ein bisschen geholfen. Ich hab ein bisschen geholfen. Ich hab noch eine Anleitung. Ich hab noch den Boden geholfen. Ich hab noch eine Anleitung geholfen. Ich hab meine Anleitung geholfen. Wir sehen uns mit einem Geharrees-awan. Das war ich. Ich hab noch eine Anleitung geholfen. Ich hab noch einmal einen Gehreisen-awan. Alter, erschreckt mich nicht. Was neppt denn hier die ganze Zeit? Ich würde mal langsam weiter düsen. Weiter düsen. Ich werde das nicht mehr verletzen. Ich werde das nicht mehr verletzen. Oh, eh. Alter, ich halte das nicht mal aus. Der Druck immer. Boah, was? Oh, fuck dich. Mann. Ich könnte ausflippen, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So holen wir uns mal die Schatzkarte aus Haundepilz Haundepilz So ein Pilz 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 Und zwar müsste der hier oben sein Och komm schon! Und zwar ist das ein Schiff, aber es ist ein Schiff, aber es ist ein Schiff, aber es ist ein Schiff, der sich in den Schiff zu verabschieden. Hast du dir achbar? So. Was sind die? So. 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 Okay, cool. Arsch! Was geht mit dir ab? Herbert. Fraubert. Tantebert. Bisschen der Braschnik. Braschnik? Mhm. Cool. Mhm. Okay. Unten ist noch eine Kiste. Und weiter geht's. Mal gucken. Gibt's hier schönes Pumpgun haben wir schon. Da gibt's was lilanes und dort... Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh mich. Neh mich auch. Okay. Rest kann's behalten. Na. So, haben wir ein bisschen was gesammelt. Was gebammelt. Mhm. Bis auf Materialien. Materialien. Was? Oh yeah. Oh ja. Mit soja. Milch. Intro. Mach auf, mach auf. roy Ich wurde ein wenig. Was macht da das Auto? Äh, die Kiste auf dem Auto so. Und dann ist auch noch nichts Gescheites drin. So, ab in die Richtung. So, ab in die Richtung. Yes. Pleasant Park. Pleasant Park. Oder fressen Quark. Beides. Hier steht schon eine fette Basis. Mit der Blase. ich habe ein Wuppertries nichts gescheites Aha, hab ihn gesehen. Hab gesen. Gesen? Das Fenster wieder zu. So, Schild ist somit auch voll. Oh, noch ein Medikitt. Hm. Noch ein Jump Pit. Oh, ein Pit. Oh, guck mal. Mhm. Okay. So, guck mal. Okay. Oh, guck mal. Äh. Oh. 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 Klar, warum nicht? Klar war. Hauptsache, Damage gemacht. Mit Steppen. Mit der Schuss. Wow, Kollege. Cool. Ja. Ich geh mal ein bisschen rum. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen abgerissen. Arbeitstag Arbeitstag Nein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, nächste Runde. Rekord! Ok. 10 vor halb 11? 11 vor halb 10. Krass! 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 Noch Bandagen. Immer in eine Wasser. Oh, da geht's zur Sache. So, in der Reihenfolge kann's bleiben. Ich will jetzt ein bisschen Schild haben. Schild haben? Okay. Ich hab keine Ahnung, wo die sich hier bekriegen, aber... Ich bin hier. 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 Komm dich da, mein Kleiner. Ich beiße nicht. Ohh, da kommt auch noch jemand. Nein, Mann! Scheiß nachladen! Nein! Ich wollte ja schon auf Pumpgun wechseln, aber es war zu spät. Ich brauche noch eliminiere Gegner mit einer Maschinenpistole, deswegen... Verdammt! Deine Maschinenpistole. Oh yeah! Das war's für heute! Brüschnicker, betatzen. Komm ey, ich brauch einen Kill noch. Enkel, sie braucht Enkel. Enkel brauche ich, ja. Enkelkinder. 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 Ich guck mal, da sind viele Leute hin. Da muss man eine Waffe erwischen, Mann. Bitte sagt mir, dass da einer drin ist. Oh. Wow. Wow. Enkelkinder. Enkelkinder. Hey, Pentol. Ok. Over-paced. Open-paced. Mhm. Mhm. Puh, so. Das nächste. Der macht das nicht so, wie ich das will. Escht? Es ist nicht immer falsch rum. Sollte vorkommen. Nein, soll nicht. Schnullte Bohrbombe. Bohrbom. Sollte ohne Bohrbombe. Ja. Ja. Sicher, ey. Egal. Egal. Wir haben es geschafft. Egal. Egal. Eckart! Ich würde sagen, reich mit Fortnite. Tschüss. Eiskalt, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.